Keine Fülle, Kump. Hier kommt Kurt. Ich hab's einfach nicht nötig, Freunde. Hier kommt Kurt. Das wollte ich hören. Und jetzt rufen wir ihn mal an. Ja, wie gesagt, ich kann das nur veröffentlichen mit seinem Plazid. Entweder ist ihm der Strom ausgegangen. Oder was auch immer. Jetzt versuche ich das anders noch einmal. Es kann sich jetzt nur um Stunden hangen. Und ich hoffe, ich finde eine Lösung, um ihn ans Ohr zu bekommen. Ich bitte darum um Verständnis und um Nachsicht, weil ich jetzt eine andere Telefonnummer noch anrufen muss. Vielleicht erreichen wir Kurt hier. Da kann ich jetzt noch ein bisschen suchen. Ich hoffe, der Akku hält. Tja, also hier ist er auch nicht mit der normalen Verbindung erreichbar. Doch, ich hab's übersehen. Jetzt hoffen wir mal, ob diese Verbindung funktioniert. Wo ist Kurt? Hier kommt Kurt. Hier kommt der Aufklärer. Fast wie die Polizei. Wahrscheinlich hat er Wichtigeres zu tun. Wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, er ist auch für Statements bereit. Ich gehe einfach davon aus, es ist nicht definitiv. Jedenfalls sollte er in die Linse sprechen, weil das ist ein Hammer, wenn man Kilometer teilweise auch andere Sachen fahren muss. Diese 13 sind von GLS transportiert worden und sind defekt angekommen und mussten dann auch nochmal selbst ersetzt werden von Kurt, weil man ihn angeschwärzt hat im Internet. Mit Rufschädigung noch dazu, dass er unzuverlässig ist bei der wahren Versendung und Zustellung. Tja, okay. Sie bekommen mit Sicherheit noch einen zusätzlichen Aufsager. tvgalacom.com Können Sie mich erreichen. tvgalacom.com Falls es zu langsam war. Entschuldigung, zu schnell. galacom.tv Courage, no limits, without borders, planet wide. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.